Greift dein Hund nicht an, wenn ich dich rufe? Also wenn ich schreie, wird der aggressiv? Ja, die beißt dich dann. Beim wievielten Schrei soll ich denn kommen? Lass mich sechs bis neun Mal schreien. Okay, komm, Chili, hier lang. Hier lang, komm her. Nura! 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 Hallo! Nura, ich bin hier beim Reis. Hey! Ich warte schon seit vier Stunden. Es tut mir leid. Kein Problem. Mein Hund musste kacken. Hammer. Schön, dich zu sehen, Lura. Hier geht's. Gut. Alles klar? Ja, super. Ich habe mir nichts überlegt, aber wir gehen rüber zum Reis. Komm. Okay. Das ist Chili. Der Hund hat mehr Muskeln als, äh... Ich weiß nicht, ich habe kein Beispiel. Das ist ja ein Kalb. Ja, die ist schon ein halbes Pferd. Chili, salam alaikum. Salam alaikum. Chili. Salam alaikum. Jetzt lässt du mich hängen einfach vor ganz Deutschland. Du sprichst sie Arabisch. Ja, ein bisschen. Chili. Salam alaikum. Chili. Kein Halek. Nura, weißt du, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Kannst du dich erinnern, die allererste Begegnung? Weil wir kennen uns ja nicht. Wir haben uns immer nur aus der Ferne gegrüßt. Ja, man denkt immer, wir würden uns kennen, weil voll viele immer sagen, ja, das ist aus wie Teddy. Ich habe dich das allererste Mal gesehen, da warst du noch in der, wo? Ich weiß nicht, ob es das war, aber wir haben Jerks gedreht und da war Sido dabei und dann meinte Sido so, ey, weil er wusste, ich bin halt mega Teddy-Fan. Und er so, warte mal, hier ist jemand am Telefon. Und dann warst du am Telefon. Da habe ich dich gesehen. Oder meinst du jetzt in real life? In real life, bei der Strader-Campton-Premiere. Stimmt! Stimmt, das war viel eher. Stimmt, wir haben sogar ein Foto gemacht noch. Abgefahren, was passiert ist bis jetzt dann, ne? Voll viel. Wir sind ja jetzt Arbeitskollegen-mäßig. Wir sind jetzt Kollegen. Du nimmst alles auseinander schauspielmäßig, ne? Und du bist ja auch eigentlich Sänger. Nein! Ne, aber du bist ja eigentlich auch Sänger. Ja, ich singe halt, wenn es mich packt, dann singe ich, ja. Ja, ja, voll. Aber wie kam das zu dir? Oder war Schauspiel immer in deinem Leben? Ne, ehrlich gesagt gar nicht. Und ich muss auch sagen, sind echt scheiß Arbeitszeiten. So vor morgens früh, ne. Also finde ich überhaupt gar nicht okay, weil... Also sag das ruhig, die sollen das auch hören. Also ich habe ja auch gesagt, guck mal, ich habe auch gesagt, nächstes Jahr ändert sich das in meinem Vertrag. Also erstmal, ich will ab 20 Grad arbeiten. Hammer. Und ab 11 Uhr mittags. Super. Ich würde sagen, ab 25 Grad nur um 16 Uhr. Und ab 16 Uhr. Ja, genau. Von 16 bis 17.30 Uhr mit einer Pause. Das würde ich auch auf jeden Fall toll finden. Aber auf jeden Fall, das ist sehr anstrengend. Das Drehen ist an sich, ist nicht anstrengend, ja. Aber diese Uhrzeiten sind auf jeden Fall heftig. Und wenn du zum Beispiel irgendwie eine Szene drehen musst, wo es Sommer ist, aber es ist eigentlich Winter. Das ist das Asozialste am Schauspielerei. Aber ansonsten ist es voll easy, weil ich habe ja nicht mal einen Text, den ich lernen muss. Ihr improvisiert da viel, ne? Genau, und ich lese ja nicht mal das Drehbuch durch. Du kommst einfach hin und dann sagt dir jemand, mach das, das ist die Situation und dann machst du das. Genau, weil ich lese Drehbuch seit erster Staffel nicht. Weil du keine Zeit hast? Nee, weil ich einen Amazon-Account habe, so einen Premium-Account. Und ich will ja auch die Serie gucken und überrascht sein. Oh, was für ein Argument. Das ist Hammer. Ist halt eben mega nice, wenn die Serie wirklich rauskommt, dann ziehe ich mir die auch wirklich mit meinen Freunden dann halt rein. Und dann so, aber du wusstest das doch. Ich so, nein Mann, ich habe nichts gelesen. Also nur meine Sachen lese ich immer durch. Und wenn es dann heißt, hey, okay, wir lesen jetzt vor und so, bla bla, dann höre ich schon ein bisschen zu auf jeden Fall. Aber alles ist so wirklich. Aber alles ist wirklich. Real Talk ist wirklich einfach nur Impro. Aber mein Traum, Tatort, Leute. Ich will Polizisten, aber ich will Tatort-Kommissarin. Ach krass. Ich habe zwei Filme gemacht für den ZDF. Wo du auch Polizist warst? Wo ich Polizist war. Wie geil ist das, oder? Wie geil ist das? Für meinen verstreuten Schädel ist es so, ich war dann irgendwann mal so, okay, jetzt an die Tür klopfen, wieder fragen, wo waren sie gestern. Ich war dann irgendwann mal so, nein, ich will eigentlich den Typen, den ich gefragt habe, spielen. Also ich finde den Verbrecher, der ist viel mehr zu spielen. Ja, ich weiß, aber es ist langweilig. Oder du spielst eine Polizistin, die auch korrupt ist irgendwie. Das ist wieder interessant. Aber nur ein Polizist, der kommt und sagt, wo waren sie gestern um 16 Uhr? Okay, um 15 Uhr, um 13 Uhr und vorgestern um 12 Uhr. Nee, da bist du gestern kaputt. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch. Also ich, andere lieben das und können es auch viel besser. Bei mir, ich habe es mir selber, während ich es gespielt habe, habe ich mir nicht geglaubt. Call me, Tatort. Amazon, wenn ihr Eier habt, dann lasst ihr den Part drin. Warum, glaubst du, lieben dich die Leute? Unabhängig davon, du bist talentiert. Aber was ist der Grund, warum die so bei dir sind? Ich weiß es nicht. Voll schwer. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Was sagen dir deine Freunde? Was meine Freunde sagen, ich weiß nicht, also was die Leute mir schreiben, ja, was ich so in DMs und sowas bekomme, ist eher so, ey, du bist real, du bist authentisch, du bist relatable. Was denkst du bei dir? Nee, ich kann dir sagen, was ich bei dir denke. Ich glaube auch, das ist einfach, weil du so eine authentische Person bist und bei all den wilden Sachen, die du machst, spürt man irgendeine Ehrlichkeit und was Schönes drunter. Man hat immer das Gefühl, man kennt dich. Also man hat Zugriff zu dir als Mensch. Da ist irgendwas Schönes drunter. Alles andere ist auch schön, aber es ist halt eine Performance, aber darunter ist irgendwas Ehrliches. Das ist das, was ich bei dir sehe. Bei mir ist klar, Optik. Body. Ja, ja, klar. Jeder kennt dich für deinen Body. Voll, so leicht, so leichter Bauch. In ganz Berlin erzählt man über deinen Niasch. Und ich habe das halt mega gefeiert, dass du hab ich da bist. Ich war so, das hab ich da. In den Screen rein. In den Screen rein. Zu YouTube habe ich das gesagt. In dem Moment, ich bin so ausgerastet. Und da war es halt auch so, kennst du das so, wenn man so Leute klinkt, die so aus dem Land kommen, so, ja, the weekend, hab ich da. Ja, ja, ja. In der Telekom, die hab ich da. Wir sind so talented people from. So, deswegen war es halt einfach in dem Moment so cool, dass man dich direkt claimen konnte. Sag mal, das ist Cousin. Ja, 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 das ist mein Cousin. Von meinen Schwestern Cousin. Das glauben auch dann alle, wenn du sagst, ja, ja, das ist mein Cousin, meine Mutter kennt den und so. Ja. Aber ich hab auch meine Mutter gefragt. Sie meint so, ja, ja, die kennen wir. Ja. Meine Mutter. Du alle. Mama, kennst du den? Sie so, ja, ja, klar, wir kennen dich. Lager, wir waren zusammen in Asylhallen damals. Die sagt auch immer so, ja, die waren bei deiner Geburt dabei. Dann sag ich so, was war mein Geburt? Wie viel waren da? 600 Leute? Das war mein Konzert gewesen, oder was? Ja, aber das ist halt das Ding. Ich glaub, und so geht's dir ja auch. Man braucht Vorbilder. Und man braucht, ne, und es geht gar nicht darum, was man macht. Es geht darum, dass es möglich ist. Wenn man eine Nura sieht und sieht, was sie für eine Karriere macht. Für die ganzen jungen Menschen da draußen, auch für die Älteren ist es so, krass, ich kann das, ich krieg das, ich kann das auch schaffen. Die ist so, von dem, wo sie herkommt, das, was ich so weiß an Informationen, krass, was sie geschafft hat, ne, mit Fleiß und dranbleiben und keine Ahnung, wo es nicht leicht war. Also, es ist halt einfach so, dass Berufe, die so kreativ sind und so, vielleicht nicht so hoch angesehen werden, weißt du, in unserer Kultur, weißt du. Ich weiß, meine Mutter hätte es lieber gewollt, dass ich so, ne, hier studieren, ne, Ärztin, Anwältin oder sonst was. Aber, dann kann man auch sagen, ja, guck mal, Teddy, der macht auch so, Mama, weißt du. Und es ist ja immer so. Und dann sagt sie, ja gut, schön, der ist ein bisschen kaputt, hat das gerade. Ja, aber auch immer, du weißt ja, so Habescher mittags so, wenn die sich treffen mit ihren Freundinnen, dann sagt sie, ja, meine Tochter hier, meine Sohn hier, meine, ah, ja, und du so. Und dann warten die nur so drauf, dass die andere dann so erzählt, so, hier, mein Haus, meine Kinder, dies, das. Und dann ist halt einfach mega nice, wenn auch jemand, der Habescher ist, auch was mit Kunst macht und du so sagst, ja, guck mal, Mama, weißt du, was ich meine? So, nicht jeder muss ja Zahnärztin werden. Ich weiß noch, als das allererste Mal Afrop an den Start kam, damals, so in meiner Jugend, und ich konnte es nicht glauben, weil der auch einfach so gut war, das erste Abend. Ich bin ausgeflippt damals und das hat so richtig Mut gemacht, so. Aber, was sagt deine Mama, ne, ich habe, vorhin habe ich mich das gefragt, ne, wenn du so freizügig bist und deine Videos und diese Provokation nach vorne, und setzt sich ja auch für die guten, ne, für gute Dinge ein, aber wenn die nicht so sieht, macht sie dann auch manchmal so, hiiii. Uhui, Anne, uhui, Anne. Ja, ja, 100 Prozent, aber soll ich die witzigste Geschichte überhaupt erzählen? Ich werde ab jetzt meinen ganzen Beef nur von meiner Mutter klären lassen. Ja? Ab jetzt, wenn irgendein Rapper mich disst, schick den Dis auch direkt an meine Mutter, ich gebe dir gerne die Nummer, du kannst an meine Mutter und dann wird meine Mutter deine Mutter anrufen. Und dann kläre ich, ab jetzt kläre ich das alles nur so, weil ich kriege eine Nachricht auf Instagram und auf jeden Fall auch Habescher-Profil, ja. Und da stand halt vorne so drauf, so, hey, was geht? Hey, du bist Habescher. Und dann, nicht geantwortet, und er so, du Sch***. Oh, wo kam das denn, er plötzlich, was ist das denn? Aber es war so über Monate, ne, er hat so über zwei, drei Monate geschrieben, mir mal mehrere Nachrichten, so, was soll das? Guck mal, ne, ich sage dir eins, Amerika hat NSA, Israel hat Mossad, ich habe meine Mutter und ihre Freunde, die sind, die, 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 zack, 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 zack. Die sind den ganzen Tag am Telefon. Meine Mutter ist am Haustelefon und am Handy. Und auf jeden Fall, dann hat meine Mutter die Nummer herausgefunden. Dann sag ich so, ja, Mama, der hat mich sch***t. Dann, diese, eh, warum und so, warum Schlamppa? Sie sagt immer Schlamba. Warum nennt er dich Schlamba? Ich so, keine Ahnung, Mama, bla bla bla, weil ich leicht bekleidet bin. Und sie so, okay, alles klar, wir rufen da an. Und dann sagt sie so, ja, euer Sohn hat meine Tochter beleidigt. Und dann meinten die so, oh mein Gott, das tut uns voll leid. Der darf immer nur so drei Stunden am Tag das Handy haben und so. Der hat uns gesagt, dass er lernen wird für die Schule und so, dies, das. Also alle beschimpfen. Ey, du hast drei Stunden Zeit, Junge. Und dann nimmst du dir Zeit dafür, dass du mich beleidigst. Dann haben die den ans Telefon geholt. Meine Mutter so, warum hast du meine Tochter beleidigt? Dann sagt er so, ja, weil die ist auch aus meinem Land und die rennt so halbnackt rum. Dann sagt meine Mutter so, was interessiert dich das? Bist du ihre Mutter? Bist du ihr Vater? Die kann machen, was sie will. Das juckt dich gar nicht. Die hat den so auseinandergenommen. Und ich war so, you go, Mama, you go. Und ich war so stolz. Und ich dachte mir so, boah, das ist einfach so. Der heftigste Rücken, den du haben kannst, ist deine Mutter. Weil ab jetzt, die wird alles jetzt klären. Ich sag euch ganz ehrlich. Nimmst du dir auch mit, securitymäßig auf Tour? Würde ich auch sagen, weil keiner traut sich da was. Na klar, wenn Mama da ist, da ist egal, wer da steht. Die haben alle heftig Respekt davor. Und deswegen, ja, meine Mutter bietet auch Schutz für andere Leute an. Was wirst du für ein Sternzeichen eigentlich? Interessierst du dich dafür? Ja, mäßig. Aber okay, mäßig. Dann was? Aber ich kenne mich nicht aus. Aber was wäre ich denn? Ich glaube nicht, dass du Widder bist, weil die sind immer crazy. Ich hasse Widder. Nein, ich hasse gar nicht. Ich hoffe nicht, dass du Skorpion bist, Alter. Boah, das wäre scheiße, ey. Oh nein, du bist Skorpion! Chili, komm! Was ist denn mit Skorpion? Also nimm mal an, ich wär's. Wie kriegst du denn dein Vitamin C? Ich liebe Passionfruit. Ich bin größter Passionfruit-Fan. Danach würde ich sagen, Ananas und danach Erdbeeren. Und Apfel? Oder Birne. Apfel und Birne? Nee, aber Apfel auch. Aber ich liebe Apfel und Birne. Und Apfel-Birne. Nee, Apfel liebe ich. Birne habe ich Allergie auch. Das ist so funny, dass du das sagst. Warum sagst du dann Apfel-Birne? Nee, ich habe nie Apfel-Birne gesagt. Apfel-Dirne habe ich gesagt. Naaah! Wir können recherchieren. Birne? Apfel-Birne? Lass die Leute entscheiden. In den Kommentaren. Was hat er gesagt? Apfel-Birne habe ich gesagt. Also Anton, nicht Apfel-Birne. Das ist schon ein bisschen Fake. Ich werde jetzt auch nächstes Mal über Kiwis rappen. Ey, das Ding ist... Obwohl ich sie nicht essen kann! Ey! Ich will auch so einen Move haben. Obwohl ich keine Birne essen kann! Schwenk weg! Ich muss weg aus dem Bild! Danke! Sag mir, alles was zu privat wird, sagst du mir, ne? Ja, ja klar. Und wenn es dir zu kalt wird, sagst du auch. Ja. Du warst im Heim. Ja! Warum? Ich war im Heim. Weil ich schon ein bisschen anstrengendes Kind war. Damals war es so, ich war richtig sauer, wenn meine Mutter, wenn ich so gesehen habe, andere Kinder haben so in der Schule so Adidas-Schuhe und dies und das. Und ich war so, ja Mama, ich will auch. Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass wir arm waren damals. Ich habe richtig nicht gecheckt, dass wir arm waren. Aber meine Mutter hat anscheinend so gut hingekriegt, mir so diese Illusion vorzuleben, dass wir reich wären, mäßig, nicht reich, aber dass wir Geld hätten. Dass ich dann immer nach Hause kam und so Erwartungen hatte, weißt du? So, ja, warum habe ich nicht diese Schuhe und so, weißt du? Das können halt Mütter, ey. Auch das ist das Krasse. Du kannst zwei Brötchen essen und wenn das eine genau gleich ist wie das andere, aber die Mutter hat das gemacht, dann schmeckt das direkt um 120 Prozent besser. Das ist so diese Magie, die die Mama kann, ne? Wollen wir hier weggehen? Das ist voll kalt, ne? Komm. Was ist schon Apfel? Was ist schon Birne? Wenn wir das zusammen durch, Apfelbirne! Apfelbirne! Ja, Noah, das ist halt das Ding, mit dir zu reden, ganz ehrlich. Das war mein Wunsch. Das war mein Traum. Finde ich gut. Und es ist jetzt in Erfüllung gegangen. Und deswegen muss ich sagen, wir sind es nach der Verbpause. Wieso hast du keinen deutschen Pass? Wolltest du nicht? Wie wollte ich nicht? Na klar wollte ich. Wollen wir an die Kasse gehen? Da kann man so rumchillen. Aber wie lange lebst du schon hier? Ey, ich lebe mein ganzes Leben lang hier. Aber ich bin nicht hier geboren. Hast du einen deutschen Pass? Ja. Ich freue mich immer über alle, die deutschen Pass haben, die ich kenne. Aber warum hast du keinen deutschen Pass? Weil ich keine Geburtsurkunde habe. Es gibt mäßig keine Geburtsurkunde von mir. Und du kannst ja nur eingebürgert werden mit Geburtsurkunde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heiraten möchte, muss ich auch nach Dänemark. Das ist voll abgehört, wa? Wann hast du deinen deutschen Pass bekommen? 2000. 2000? Ja. Echt, ja? Welche Kasse willst du? Die geschlossene. Was hast du gemacht? Was hast du als erstes gemacht, als du den Pass hattest? Also das allererste, was ich gemacht habe, war, ähm, vor diese Klingeln. Ich hab denen all meinen Freunden gezeigt und hab denen gesagt, hör zu, es wird sich jetzt einiges ändern zwischen uns. Und hab dann denen Kontakt abgebrochen. Mit deinen deutschen Freunden? Mit allen. Grundlos. Ich bin jetzt Deutscher. Ich will jetzt was Besseres. Nee, es hat keine Ahnung, war, war, ne, das ist ja ein krasser Schritt, wenn du, wenn du immer unbefristet dann, ne, du hast befristet, der ersten Duldung, dann befristet, dann unbefristet. Dann Niederlassung. So, ja, es kommt danach, ne, unbefristet und dann kommt Deutscher Pass. Niederlassung ist der letzte. Ich hab jetzt gerade Niederlassung. Also ich bin so. Okay. Ja, und ich weiß noch, wie besonders das war. Ja. Ja. Krass, krass, Deutscher Pass. Ja. Ne, so, ähm, auch das Gefühl von dazugehört. So, ich bin jetzt, officially gehör ich dazu. Ja. Ne? Ja. Habt ihr alle dann einen deutschen Pass bekommen oder so nach und nach? Oder alle direkt ganz Familie? Äh, mein Mittlerer und ich und dann mein Bruder, der Älteste, dann danach oder davor? Das ist halt der Struggle. Das finde ich halt auch voll unfair. Wir sind eine eigene Familie. Ja, ich weiß. Es gibt auch ein paar der ganzen Familie. Wie begründen die das denn dann? Also, erstmal ist es ja so ein Ding, dass du für deutschen Pass, das ist so witzig, weil meine Mutter zum Beispiel, ähm, äh, sie ist immer noch Reinigungskraft, ja? Wenn du einen deutschen Pass haben möchtest, musst du so und so viele Stunden arbeiten und natürlich so Millionen Jahre zeigen, dass du ohne den deutschen Staat leben kannst und bla 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 bla. Das Ding ist so, meine Mutter könnte jetzt einfach eigentlich von heute auf morgen aufhören, nur weil ich Musik mache. Ja. Im Endeffekt wird sie dann für immer ihren eritreischen Pass haben und kann keinen deutschen Pass haben. Bei mir wäre es zum Beispiel so, es gibt so ein Ding, das nennt sich öffentliches Interesse. Wenn das öffentliche Interesse besteht, dass ich, dass du findest, dass ich einen deutschen Pass bekommen sollte, dann ruf jetzt diese Nummer an. Nein. Also, weißt du, was ich meine? Wenn das öffentliche Interesse besteht, wäre es halt geil. Ich habe einfach falschen Weg genommen. Hätte ich Fußball genommen, hätte ich schon längst einen deutschen Pass. Ich sehe gerade den Beamten, der guckt, aha 19 Kreckhuren. Ich schwöre. Nee, aber ich glaube, du würdest doch jetzt einen deutschen Pass, also ich könnte mir vorstellen, dass du einfach einen deutschen Pass bekommen würdest. Also ich bin immer noch die ganze Zeit mit meinem Anwalt da dran. Ach so, krass. Wir sind die ganze Zeit, also es wird die ganze Zeit gearbeitet. Die ganze Zeit. Und ich will auch jetzt nicht für den deutschen Pass heiraten. Weißt du, was ich meine? Ich heirate wegen Liebe. Was ist dein Traum? Wie muss der sein? Also erstmal arbeitslos. Hammer. Also mein Traummann muss arbeitslos sein, aber trotzdem schlau sein. Muss bei den Kindern bleiben, weil ich bin die ganze Zeit weg. Das ist kein Scherz, Leute. Das ist wirklich kein Scherz. Du musst auf jeden Fall ein paar Sprachen können. Da sind gerade ein paar Männer, die sagen, man, Jackpot. Seit 20 Jahren arbeitslos. 100 Prozent. Wenn wir heiraten, sage ich dir straight up, wie es ist. Das wird arabisch, deutsch, eritreische Hochzeit sein. Meine Mutter und ihre ganzen Ninja-Freundinnen, die werden Essen machen. In Jeddah machen. Und die sollte schon... Die sehen immer aus wie die Power Rangers, wenn die auf Hochzeit sind, ne? Das ist heftig, oder? Wie die immer so, die einen in rot, die einen in grün und so. Immer ein Star-House in rot. Deswegen, das ist nicht... It's not much to ask, oder? Nee, voll. Arbeitsloser Mann, sorry, den bin ich doch überall in Deutschland. Genau, für mich wäre es wichtig, dass meine Frau arbeitssuchend wäre. Ah. Dass sie schon guckt. Motiviert wird. Sie kann arbeitsloser aber suchen. Dass sie ab und zu mal guckt beim Arbeitsamt. Und was noch? Was noch? Dass sie kaum Interesse hat an mir. Ja. Das wäre für mich wichtig. Ja. Dass sie auch manchmal meinen Namen vergisst. Ja. Dass sie manchmal auch Wutanfälle hat. Einfach so den Schrank umwirft. Ja. Kalerikerin. Leicht. Ab und zu. Nein. Wenn du merkst, es ist langweilig zu Hause, dass sie anfängt Sachen umzuwerfen. Ich höre mich da schon selber drin. Weißt du, was ich meine? Ich sehe mich da schon. Ja, nur ich bin ja halt... Ich habe ja Arbeit. Deswegen, weißt du es nicht? Ich arscheiße. Weißt du es nicht? Das geht nicht. Und ansonsten einfach leicht unsympatsch. Wenn das alles passt, dann will ich direkt heiraten. Das ist einfach das Allround-Paket. Das wäre perfekt. Ja. Wenn sie morgens, wenn ich noch schlafe, mir so die Sujuk an den Kopf wirft. Das... Was gibt's, sag mal ehrlich, was gibt's Krasseres als... Mir kommen ins Fäden. Weißt du, dass ich mir auch gerade eine Sujuk auf deine Stirn morgens und du pennst noch, wirst gerade wach und platsch. Und dann hörst du schon den Schrank wieder umgeworfen wird, weißt du? Und sie so, ich bin nicht mehr arbeitssuchend, ich bin jetzt arbeitslos. Ja. Sprichst du Tigrinya? Ja. Also würdest du auch mit deinen Kindern, sag ich jetzt mal, Tigrinya sprechen? Wenn ich Kontakt habe, klar. Dann ab und zu, wenn ich mit denen rede. Wenn du Kontakt zu allen neuen Kindern hättest, dann... Dann würde ich mit denen Tigrinya sprechen. Aber was sprichst du mit deiner Mutter für eine Sprache? Tigrinya. Und mit deinen Geschwistern? Deutsch wahrscheinlich, oder? Deutsch hauptsächlich. Ja. Nur wenn ihr über andere lästert, dann Tigrinya, ne? Ja, wir lästern kaum. Wir lästern kaum. Ihr seid Jungs, ja stimmt. Ne, wir machen es eher mit den Augen dann. Ah. Aber was ist jetzt dein Plan? Du bringst jetzt Alben raus natürlich und irgendwie schauspielmäßig. Die Discounter, ich bin auch voll der Fan von der Serie. Ich finde die voll. Und ich habe die Jungs auch getroffen, die waren ja bei Antoine, da habe ich die kurz getroffen. Ja, ja. Und ich feiere den Spirit voll. So ist das auch am Set. Ja, super. Richtig, richtig gut. Ist das dein Plan jetzt schauspielmäßig Gas zu geben? Oder lässt du es auf dich zukommen so ein bisschen? Ich mag Schauspiel. Discounter ist übertrieben nice. Ich liebe es dort am Set zu sein und so. Aber ich bin auch froh, dass es immer dann so eine Staffel pro Jahr mäßig. Das wäre schon viel, wenn es jetzt doch zwei Staffeln im Jahr gedreht werden. Weil ich habe halt immer im Sommer Festivals und nach dem Sommer habe ich dann auch meine eigene Tour. Das heißt, ich müsste Anfang des Jahres Discounter drehen, Ende des Jahres Discounter drehen. Ich mache dazwischen noch ein Album. Ich will noch meinen Führerschein fertig machen dieses Jahr. Also mit dem Lifestyle, mit Album schreiben, Tour, Festivals und dann noch eine Staffel drehen. Ich sehe da nur eine Lösung. Du brauchst Support von einem arbeitslosen Markt. Haha, ich weiß. Ich weiß. Aber hey, ich glaube, wir haben es. War schön mit dir zu sprechen. Echt? Ja, war auch schön mit dir zu sprechen. Wir sind jetzt gar nicht einkaufen gewesen. Sollen wir noch einkaufen gehen? Ja, nice. Geil, es gibt so keine Sachen in diesem Laden einfach. Voll. Also ich muss sagen, ich bin voll die Süßmanns und so. Ich esse gerne süße Sachen. Aber das Liebste, was ich esse, ist so Käse mit, also Füttekäse mit. Wollte ich dir gerade zeigen? Wasser mit dem Kuchen? Gibt es hier? Ja. Hier. Ey, da bist du ja! Wo warst du die ganze Zeit? Wer? Ja. Wahrie? Genau. Hur Untertitelung des ZDF, 2020